So, dann geht uns ein Lichtlein auf und wir laufen weiter und wohin haben die Anna verschleppt? Wieso laufen die hier unten rum? Warum? Und wieso haben die Viecher die nicht angegriffen? Würde mich ja doch mal interessieren. Okay, die sind ausgewählt. Jetzt will ich das grad mal probieren. Okay, klappt nicht. Das klappt immer ganz gut. Tänzchen! Aber nicht gleich beim Fummeln beim ersten Date. So, Patrone, Patrone, Patrone. Tja, offenbar wussten die auch nicht so recht. So, warte mal. Ich guck mal ganz kurz nochmal in den Optionen gerade. Bei der Steuerung, Tastatur. Das ist ja mal so ein Tastentango hier. Schießen, zielen in der rechts natürlich, nachladen, Sekundärwaffe, C. Ich mach nämlich immer V, nicht C. Ich hätte gern übrigens, warte mal, kann ich das nicht belegen? Optionen? Steuerung, Tastatur, Bewegung, nein, Waffen, Sekundärwaffe. Mittlere Maustaste. So, so hätte ich das gerne. Ach du Scheiße. Was ist das für ein riesen Viech? Die flüchten vor irgendwas. Die flüchten vor irgendwas. Aber wovor? Hua! Alter! Bastardo! So, hier ist ein schöner Grillplatz über... Nein! Ein schöner Grillplatz. Ich hab das Gefühl wir werden ja gleich gegrillt. Fledermäuse. Aber die mag ich. Ein Übrigbleitzel der Vernunft der alten Welt. Ich höre Stimmen. Achso. Ein verdammter Friedhof. Und wo kommt das Getuschel her? Tuschel. Tuschel, tuschel, tuschel. Stimmen überall. In meinem Kopf. In meinem Geist. Und sie sind weg. Hallo? Oh nein. So. Taschenlampe funktioniert wieder. Aber das heißt nicht, dass wir sicher sind. Und ich weiß auch nicht mehr... Alter. Ich dachte gerade, da wäre was. Wir kommen noch von hier. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob wir von hier kommen. verfluchte Katakomben. Gut, diesmal gehe ich rechts. Und ich entzünde die Fackeln, damit man hier unten wenigstens überhaupt was sieht. Fackel, fackel, fackel. Aber wir haben da. Und jetzt hat sie auch schildes Spiel. Wie ist das? Hallo, Jesus! Diese Stimmen in meinem Kopf, sie machen mich... ...wahnsinnig. Ah. Ähm. Freunde? Ich will hier nicht sein. Copyright per Trademark. Ah. Komm, komm, komm. Ja, das ist gut. Gut, 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 gut. Gut. Und hier gibt's auch noch ein bisschen was. Wieso verfall ich eigentlich dauernd in diesen Akzent, in diesen russischen? Ich weiß es gar nicht, das passiert automatisch. Ich habe keine Kontrolle darüber. Oh, keine Kontrolle. Ich habe auch keine Kontrolle über meine Blase, wenn das weiter so geht. Das ist nämlich ein bisschen unheimlich hier unten. Eine Abzweigung. Wir könnten da in die Tunnels gehen oder wir gehen jetzt... Okay, hier geht's nicht sonderlich weit. Oh. Alter! Hat er sich noch schnell was zum Naschen geholt für die Nacht? Ich kratze mich aus meiner Nase und jetzt... Geht es weiter. Geht es weiter. Huah! Alter, jetzt! Mann! Scheiße, Mann! Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Plötzlich kam die hier. Ich glaube, die Shotgun ist irgendwie... Die ist viel zu schnell leer. Diese Double Shotgun ist zwar super. Aber das bringt natürlich nichts, wenn man die dauernd nur nachladen muss. So, ich bleib hier. Das ist wohl der Schlachtruf. Der Schlachtruf. Siehst du immer los? Ich aufw ballot. Ich wollte die rauskommen. Gute in der Fränk espe Das texteuseff toi. Looks die auf die resurrection. Die schönenawunde. hitch den auf rein. Okay, genau! So, komm, wo sind die Anderen? So, das sieht schon ganz anders aus. Na, 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 na. Och, verlockende Angebote, ich glaub ich lass mal, ich guck mal statt der Shotgun, was wir hier so haben alles. Ne Shotgun, hm, 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 hm. Okay. Ach, die kennen wir ja auch noch. So, vielleicht bleiben wir bei der, ich glaub hier brauch ich erstmal keinen Schallschützer. Gut, dann, ich glaube wir müssen... Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Zum... Wo geht's da hin? STIRB! 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 Ah! Tja, ich glaube, wo ist denn unser... Ich glaube, ich bin damit besser bedient. So, auch wenn es länger dauert, aber dann bleibe ich eben bei der hier. Und jetzt müssen wir da durch! Und das dauert ein bisschen, hm... Ach, scheiße! Ich dachte, das geht automatisch weiter. Hat das 2.36 Uhr? Ernsthaft? Ich habe bei irgendeinem Ladebildschirm eine Pause gemacht. Weiß gar nicht, ob das aufgefallen ist. Ach, was! Ihr verrückten Russen! Was baut ihr denn unterirdisch? Ihr habt doch so ein riesen Land! Warum geht ihr denn in den Untergrund? Ähm... Okay, da komme ich nicht rein. Ich spring doch jetzt nicht hier runter. Ach so. Da! Und dabei! Runter geht's! Ich hoffe, diesmal ohne Störungen. Au, 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 au! Aua! Kurz an der Nase kratzen. Sieht ja keiner. Hab ja keine Webcam an. Ich höre den Gruffalo! Ich höre den Gruffalo! Was ist das da hinten? Da flackert das Licht, obwohl es sich um ein Feuer handelt? Irgendwas ist hier nicht richtig. Scheiße! Scheiße, scheiße! Huah! Was war das? Was ist das? Alter! Alter, was für Viecher! Alter! Boah, wie ätzend seid ihr denn? Alter! Meine Ohren! Man kann sagen, was man will, aber die lassen sich schon was einfallen. So! Guck, guck, guck! Gib mir alles, was du hast! Und ich jump hier natürlich nicht wie ein Wahnsinniger durch die Gegend, um alles kaputt zu, kaputt zu schießen. Ja, doch! So, wieso flackert hier das Licht? Wo kommt das Licht überhaupt her? Ach, vom Helm! Kurm! Ich seh, du hast... Ach, der hat doch Gesundheit da! Also jetzt nicht im Gesicht unbedingt, aber da... Man ist ihm das Gesicht einfach runtergefressen. Ist ja auch nicht die feine englische. So! So, was haben wir denn hier Schönes? Schnelles! Oh, hu 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 hu... Na, das probier mal aus! Das sieht doch schon mal lecker aus. Ein Vierschröter. So, und aus irgendeinem... Och, nicht schon wieder. Diese madigen Telepaten immer. Und ich glaube, ich muss jetzt runter. Ich sollte mal lernen, die Nahkampfangriffe währenddessen zu machen. Vielleicht sollte ich mir nur... Wie cool der da abhängt. Vielleicht sollte ich mir die mal auf die mittlere Maustaste machen. Die Nahkampfangriffe. Griffe.